Ja, Lea? Echt, du darfst gehen, das ist ja super. Äh, weißt du was, dann hol ich dir schnell den Schlüssel, dann kannst du schon mal nach Hause fahren. Ja. Was machen Sie denn hier? Mama? Was ist das hier, Mama? Kein Wort. Streck die Arme aus. Festhalten. Wo ist der? Wer? Keine Ahnung. Ich, ich frage. Sie haben ihn abgerufen. Polizei! Waren von einer Stunde da und haben ihn mit den Sohn. Sie will mich den Daumen abschneiden? Ich habe aber kein kleiner Zug, oder? Na, so das macht man echt nicht.